Erst kommt die Frau drei bis zehn Mal und dann ich. Noch nie Sex gehabt, außer drei Mal. Hallo, wir sind von Bausucht Frau. Besser wie von Ex on the Big Center. Wollen wir ihn umbringen? Gleich oder später? Was machen wir hier? Auch ohne Benzin, das Feuer anzünden. Jo Leute, wir sind das unbekannteste Promi-Paar, was dieses Jahr bei Sommerhaus der Stars ist. Ähm, nein. Ihn kenne ich zumindest von Promi Big Brother. Die beiden hier, die musste ich aber googeln. Wir sind sehr, sehr ehrgeizig. Wir wollen jedes Spiel möglichst gewinnen. Okay, aber wer von euch beiden ist jetzt der Star? Sieht keiner so Star-mäßig aus. Ähm. Wahrscheinlich er, weil er spricht. Obwohl, hier hat die No-Name noch Ehefrau. Ihr wisst, Sommerhaus, Fluch, es trennen sich ja immer Paare danach. Was bist du für ein Scheiß-Hörer? Ich kann nicht! Ich kann nicht! Schätzt du's nicht? Ich kann nicht mehr! Das Wort, beziehungsweise die Sendezeit. Wir sind tierisch aufgeregt, jetzt geht es los. Ciao, ragazzi. Bald soll's ja wieder losgehen im Sommerhaus der Stars. Ein paar Stars sind auch da drin und das andere sind dann halt der Nachwuchs. Der ein möchtegern Influencer-Nachwuchs. Ja, fangen wir an mit den... Underdogs. Wir werden wahrscheinlich nicht so bekannt sein wie die anderen. Aber das ist komplett egal. Wir geben 120% bis zum Ende. Da kommt das Ende dann wohl früher als gedacht. Denn ne Batterie, die nur 100% hat, kann man nicht mit 120% belasten. Ich krieg keine Luft. Und ja, hoffen, so lange wie möglich im Haus drin zu sein. Wir rocken das. Ne, Schatzi? Ich denke, unterhaltsam wird er sicherlich. Irgendwas muss er ja können. Jo, Deutschland! Da ist er! Und dieses Gesicht hier ist bald ein A-Promi. Da, wo er hin möchte, ist der nächste Kandidat schon. In der Grabelkiste der abgehalfterten C-Promis. Ja, wir freuen uns, dass wir beim Sommerhaus der Stars dabei sein können. Und hoffen, dass wir lange dabei sind. Der war bekanntlich auch schon bei Promi Big Brother, wie so einige dieses Jahr im Sommerhaus. Du redest von Dingen, ich hab noch nie Sex gehabt. Außer dreimal. Ja, bisschen Ausstellung. Hast du schon mal von hinten versucht? Wie von hinten? Von hinten wollen die beiden das Feld aufräumen. Aber diesmal ohne Trecker. Hier kommen die Bauern und jeder, der Bauern kennt, der weiß, wir sind stark. Ja, mit ganzer Kraft tingeln die beiden durchs Trash-TV. Dass ich die zweithöchste Gage bekomme. Klar. Klar. Hallo, wir sind von Bausucht Frau. Besser wie von Ex on the Beach. Bis Antonia endlich so famous wie Bea. Passend eine Million Follower. Wir sind ein gutes Team und zieht euch warm an. Warm anziehen muss sich Ex unter uns da Steffen Dürr, wenn seine Frau erstmal das Wort ergreift. Wir erwarten einfach ganz, ganz viel Spaß, eine tolle Zeit mit den anderen, auch mit uns. Und ja, wir sind einfach nur total aufgeregt und freuen uns so sehr, dass wir endlich losgehen. Ach, übrigens bei Promi Brick Brasser war er 2016. Genau, wir freuen uns sehr für uns. Wir haben uns vorgenommen, sehr viel Spaß miteinander zu haben und das ist für uns die Hauptsache. Die Hauptsache in Marcells Leben ist die Sendezeit. Dafür macht er dann auch mal seine ganz persönliche Couple Challenge. Bei ihm dreht sich halt viel ums Thema Sex. Ja, irgendwie muss man ja für aufsehen und sorgen, wenn sonst nichts geht, ne? An alle Paare da draußen, ich weiß nicht, ob ihr gerne scharf esst, ja? Falls nicht, dann habt ihr ein Problem, weil wir sind nämlich super spicy und wir werden euch besiegen. Zum Sieg müssen sie allerdings unter anderem auch an Drama Queen Kada vorbei. Ey Leute, wer uns unterschätzt, wird sein blaues Wunder erleben. Wollen wir ihn umbringen? Gleich oder später, was machen wir hier? Also, ich hab auch eine Verstärkung bei mir. Zieht euch warm an, wir kommen. Kommen müsst ihr nicht, es reicht, wenn ihr erscheint. Wo auf einmal Cosimos heiße Freundin herkommt, ist mir ein Wunder. Wir freuen uns natürlich sehr. Ja, was heißt, oder? Ich hoffe, wir haben eine geile Zeit. Ja, wir werden auf jeden Fall, ja. Feiern, wir wollen Spaß haben. Ist das jetzt so eine Fake-Beziehung? Sind die nur zusammen, um in die Sendung zu kommen? Was? Ja, ich verstehe es nicht. Wo kommt sie auf einmal her? Wie hat Cosimosi Raum gekriegt? Oder will sie einfach nur durch ihn berühmt werden? Ja, wir wollen ein bisschen saufen natürlich auch, weil... Dann können wir wieder Party machen und trinken. Wir bringen ein bisschen Glamour in das Sommerhaus. Ja, ein bisschen extra Feuer. Wir wollen ein bisschen auch ohne Benzin das Feuer anzünden. Und dann bleibt dann noch die Frage, wer sind die beiden überhaupt? Ich freue mich, wenn da andere sind, die vielleicht sogar besser sind. Das ist mein Ansporn, diejenigen zu schlagen. Besser? Fragezeichen. Bekannter? Bestimmt. Habt dann doch mal gegoogelt und an mir notiert. Er ist auch so ein Fußballer. So wie Mario, nur nicht so bekannt und wahrscheinlich auch nicht so sehr Diva. Wen kennt ihr davon? Wie gefällt euch der Cast? Kommentieren, abonnieren, ciao ragazzi. Wir haben Bock. Wenn wir antreten, dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ernesto, Matthias und ich haben uns vor der Sendung getroffen, vertragen und abgesprochen. Ich habe mich aus Notwehr gegen eine Polizistin gewehrt. In der Folge, auch davon, bin ich unschuldig in die Psychiatrie eingewiesen worden. Kein Bock mehr auf dieses ganze Trashzeug. Der folgende Text ist eine öffentliche Klarstellung zum Schutz meiner Persönlichkeitsrechte, weil man mich als erklärte Privatperson jetzt auch nicht in Ruhe lässt. Also Punkt 1. Die Sendung und die Sache mit meiner Einweisung liegen über ein Jahr zurück. Sie haben nichts, nichts miteinander zu tun. Das miteinander zu verstricken, ist an den Haaren herbeigezogen. Und eine Lüge. Punkt 2. Ich habe mich aus Notwehr gegen eine Polizistin gewehrt. In der Folge, auch davon, bin ich unschuldig in die Psychiatrie eingewiesen worden. Also es lag auch nie ein Suizidversuch vor von mir oder nur der Gedanke daran. Ich habe mich da selbst rausgeholt und alle Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in dieser Sache gegen mich sind eingestellt worden. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020